Cha-Cha, Chabus, wissen wer Warhawk zockt und ihr wisst es auch und zwar Luzify, Paymeta-Community. Ich habe mir vorgenommen, jetzt mal öfters auch so ein kleines Info-Warhawk-Video auszuhauen und zwar zock ich dann am Wochenende den 22. bzw. 23. Februar mal wieder in der Runde Warhawk und um das auch mal dann geiler ausfallen zu lassen, dachte ich mir, ich sag euch mal, früh genug Bescheid, damit ihr dann nachjoinen könnt. Die genaue Zeit werde ich dann so schnell es geht auch mitteilen irgendwo, vielleicht noch ein kleines Video raushauen. Am Start wird auf jeden Fall Daniel sein, eventuell. Und halt meine Wenigkeit, ne? Ja, am besten wäre das, glaube ich, am Samstag. Macht euch schon mal den Samstag warm, nachmittags, bissl abends und dann gucken wir weiter, ne? Gut, haut rein, meine Freunde und bis dahin. Map-Wünsche könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Tschööö!